Ja gut, wann kommt hier aber mal jemand vorbei? Keine Ahnung, wann nicht, wir sind doch gerade hier vorbeigekommen Okay Alter, dein Ernst Dein Ernst, Harry Oh mein Goooood Dein Ernst? Okay, wir müssen aussteigen bevor das Auto sich ganz überschlägt Nein, das Auto ist komplett clean Oh mein Goooood, Perry, man Das könnten wir als durch benutzen Die kann man sowas hinbekommen Kann man sowas hinbekommen Kann man sowas hinbekommen